Das höre ich sehr gerne. Ich hoffe, sie sind bei euch in den besten Händen. Nun, was ist denn der Plan? Wollen wir uns sie uns heute noch ansehen? Und erst einmal wollten wir in diese Villa, nicht wahr? Genau. Ich denke, wenn wir dort sind, werde ich jemanden schicken, dass der Sherbanu Bescheid sagt. Er soll sie ein wenig in die Nähe der Stadt treiben, damit wir keinen zu weiten Weg haben. Das klingt sehr vernünftig. Diese Stadtvilla mit dem Bier, wie weit ist sie denn genau entfernt? Oh, nicht weit. Dort leben die ganzen Geweihten. Insofern war es sinnvoll, ein Haus in der Nähe des Tempels zu errichten. Oh, gut mitgedacht. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich nehme an, dort kann man auch adäquat einen Bären unterbringen, so wie in jedem guten Tempel. Wir haben Boxen für Pferde, aber ich denke, wir wollen Mira nicht einsperren. Vielleicht auch wieder in den Hof. Oh, die können bei mir im Zimmer schlafen, das macht sie immer. Ich denke vor allem, dass ein solcher Bären die Pferde wohl unruhig machen würden. Ja, ich fürchte auch, aber wir haben meistens keine Pferde dort stehen. Wir wollen sie nicht so einengen. Es ist eher so, wenn man mal über Nacht ein Tier einstellen muss, wenn man es am Morgen gleich braucht oder so. Ja, dann lauf doch mal voraus. Wir laufen nur hier daher. Ich finde in dieser Scheißstadt überhaupt nichts. Ja, wir hatten tatsächlich wirklich einige Probleme, diese Brücke zu finden, weil ABM hier einfach weggelaufen ist. Und da nicht weggelaufen, ich wurde weggeführt von diesem Giftmischer. Giftmischer? Ja, er hat mich vergiftet, fürchte ich. Oh, das ist mir auch passiert. Ja, hast du ja auch? Ja, das kann schon einmal passieren, aber ihr wirkt in Ordnung. Hattet ihr das passende Antidot zur Hand? Nein, ich denke, es war nur eine Art Droge. Ich vermute, er wollte mich ausrauben in einer Seitengasse. Ja, du kannst doch nicht mit irgendwelchen fremden Drogen nehmen. Ja, lieber mit uns Drogen. Ich wollte gerade sagen, ABM, wenn du dich schon dafür herablässern kannst du uns mal ruhig einladen. Das stimmt, so meinte ich das gar nicht. Ich erinnere mich da an einen Steinkreis. Umu, da verabeln wir der Einzige, der keine, also kein Drogenblatt. Und jetzt in Faisar alleine ohne uns, ja. Ich habe keine Droge genommen, jeweils nicht freiwillig. Ich vermute mal, es war eine Art Kontaktgift, Kontaktdroge. Lasst mal sehen. Zulamin tritt sehr nahe an ihn heran und betrachtet prüfend seine Augen. Er hat das Zitabar nicht gewöhnt, nicht wahr? Ich bin gar keine Drogen gewöhnt. Was war das gerade mit Ilmenblatt? Ich habe kein Ilmenblatt geraucht. Ja! Aber Isarum konnte man kaum wieder von dem Ding trennen. Ilmenblatt kann ich euch auch nicht wirklich empfehlen. Es betäubt die Sinne. Zitabar dagegen schärft sie und lässt euch Dinge sehen. Nun, also ich muss sagen, ich fand es eine sehr spirituelle Erfahrung, mit dem Großmütterchen Sumo in Kontakt zu treten. Ja, Ilmenblatt ist gut, es betäubt die Sinne nicht. Nein, lässt dich deine eigene Mitte, deine Ruhe finden. Sieht hier? Drogen. Das hat die Vornehmung. Er steht nicht um sonst, doch den Wehrheimer Index. Was? Oh, Boltax, bitte nicht schon wieder diesen Wehrheimer Index. Ich hasse den. Äh, Mann, was ist der Wehrheimer Index? Oh, bitte frag mich, Boltax, das ist nicht immer halb so spannend wie die Geschichte der Armbrust. Das ist wirklich so trocken. Es ist ein bisschen wie der Codex Albyrikus, aber nicht für Magier. Sondern für Substanzen. Also, die man haben darf oder auch nicht. Der Codex, der ist auch so hart, ich verstehe. Was? Er bewahrt unsere Traditionen. Traditionen sind wichtig. Boltax, du solltest das wissen. Er behindert uns. Er hat ganz und gar nicht. Nun, hier in der Stadt werdet ihr sicherlich wieder mit dem einen noch mit dem anderen Probleme haben. Die Regeln sind hier eher... Es kommt mehr darauf an, wer man ist, als wie die Regel lautet. Ah, also grobe Richtlinien. Ja. Ja, das ist wie wenn man Gaugraf ist und Sachen beschlagnahmt. Du musst es nur durchsetzen können. Ja. Nun, das würde auch diese seltsamen Prajoten erklären, oder? Oh, ihr habt Prajoten getroffen? Was habt ihr denn auf dem Yoltopas gemacht? Ich sagte doch, ihr sollt von Norden in die Stadt kommen. Haben wir nicht. Das ist zumindest keine, von denen ich gesehen hätte. Ja, aber Grafim hat doch vorhin erwähnt, dass er mit irgendwelchen... Ja, du hast dich doch noch so aufgeregt über den Namen. Ja, aber Grafim kann doch noch einen Prajoten von einem Selten an den Goldenen Kettenheim nicht auseinanderhalten. Also der eine ist unter den Bären gefallen und da ist Mira draufgetreten. Die anderen beiden haben nur eins mit dem Schlagring gekriegt. Also wenn ihr wirklich auf dem Yoltopas seid, dann kann es schon sein, dass sie euch angegriffen haben. Sie sind normalerweise mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt und verlassen ihr Viertel selten. Aber, naja. Also ihr habt halt hier eine sehr nette, reine Gewalte gefunden. Ihr habt gesagt, die soll die ganzen Novardis umbringen. Eine sehr vernünftige Frau. Und jedenfalls Grafim, wir gehen morgen bei den Empire's Temple. Und dann zeige ich dir, wie die wirklich aussehen und dass das nicht irgendwelche Giftmischer sind, die ja an der Straße auflauern. Ihr sollt euch auf jeden Fall bei Laszlo Straßburg beschweren. Er ist nämlich einer der Erhabenen, die uns zu den Festspielen eingeladen haben. Und er, ich glaube, er ist momentan derjenige, der der Praioskirche vorsteht. Der klingt wie ein guter, aufrichtiger Mann. Was bedeutet denn Erhaben? Die Erhabenen sind diejenigen, die hier die Macht haben. Also wie ein Grande. Ja, ich denke, die Granden sind tatsächlich der beste Vergleich. Denn sie sind nicht unbedingt adelig. Manche von ihnen sind adelig. Aber alle sind auf ihre Art mächtig und reich. Wie es sich gehört. Na gut, das ist ein Leuchten. Also diejenigen, die hier das Machtmonopol innehaben. Wir müssen auch noch über eure Kleidung reden. Die meisten von euch würde ich so vom Anschauen sofort einem der Erhabenen zuordnen. Und natürlich dem Richter der Neuen Streiche, Abelmir, der Al-Achami, Isaru. Ich bin nicht sicher, wie ihr für die normalen Leute hier ausseht. Ich glaube, vom Fallen des Lichtes haben sie noch nie gehört. Das ist ja fürchterlich. Wer sorgt denn dann hier für Ordnung? Niemand, wie es klingt. Ärgerisch. Das ist ja schrecklich. Also hier herrscht doch Ausordnung. Es sind jeweils die Gardisten des entsprechenden Erhabenen, der sich für das Viertel zuständig fühlt. Oder manche fühlen sich auch für eine bestimmte Berufsgruppe zuständig. Die Leute zahlen Abgaben an sie und erhalten dafür den Schutz des Erhabenen. Also dann ist das so etwas Ähnliches wie eine Baronie, die einzelnen Vierte? Hm. Also Verwaltungseinheit und sowas. Nicht sicher, wie eure Baronien funktionieren, aber es kann sein, ja. Ja, ich denke, am besten ist für euch wahrscheinlich die Organisation der Freistadt und des Unterfelds verständlich. Dort herrscht Manach Tergum. Er ist zwar in Versaar geboren, aber ich glaube, er ist der Sohn eines Festumers. Und er organisiert seine Viertel sehr mittelreichisch. Oder zumindest wirkt es für mich so. Ja, da wurde ich auch überfallen. Also das passt gut zum Mittelreich. Ja, möglicherweise haben sie euch angegriffen, weil sie sich nicht so gut mit der Chorkirche verstehen. Aber genau aus diesem Grund denke ich, dass es klug wäre, bei den entsprechenden Erhabenen vorzusprechen, damit ihr nicht nur die Nachteile, sondern auch die Vorteile genießt, ihre Farben zu tragen. Ich trage Orange. Was ist denn Orange für ein... Also, weil ich habe Orange als Farbe des Erzes gewählt, denn Erz ist ja mein Lieblings-Element. Und meine Rüstung habe ich in Orange gefärbt. Ich glaube, Orange ist tatsächlich keine so ungeschickte Farbe. Es gibt zumindest keinen Erhabenen, dem seine Truppen speziell Orange sind. Es könnte eine gewisse Gefahr bestehen, dass man euch mit einem Pack Teilgänger von Karima als Shadida verwechselt. Die tragen Safran. Das ist relativ ähnlich. Aber sonst denke ich, ist die Farbwahl nicht verkehrt. Aber wir könnten euch auch bei Gabolosch vorstellen. Wisst ihr noch, als wir damals in Xolosh waren, da hat uns doch... Er hat uns doch Albrax... Nein, Abelmir war es. Abelmir hat den Mantel und den Hut geschenkt bekommen. Natürlich, die trage ich auch. Ja, steht euch ganz so wunderbar. Hat er nicht gesagt, damit kommt ihr bei den Zwergen rein, auf dem... Wie hieß es noch gleich? Fischal Angra. Ja, genau. Genau. Hat er gesagt, er wäre eine Mauer drum. Natürlich, die Zwerge brauchen Mauern. Mauern geben Struktur. Und Struktur und Zwerge gehen Hand in Hand. Ja, Fischal Angra ist ohnehin überwiegend unterirdisch. Es gibt eine Mauer, ja. Aber so wichtig ist sie nicht, glaube ich. Es sind manche Stadtviertel teilweise oder ganz ummauert. Am besten befestigt ist natürlich der Palastberg. Da müssten wir hin, wenn wir euer Mosaik anschauen wollen, Jahr lang. Ja, hervorragend. Das scheint ja doch eine komplizierte Angelegenheit zu sein, wie man sich hier kleidet. Wie kommt es denn überhaupt, dass diese Erhabenen uns eingeladen haben? Ich wusste gar nicht... Also mir waren die Erhabenen nicht bekannt. Wie sind sie denn also auf uns gekommen? Ich kann es mir nicht bei allen gleich gut vorstellen, muss ich sagen. Dass Hublet uns eingeladen hat, wundert mich nicht. Denn ich habe recht gute Beziehungen zur Fexkirche. Er ist ein Mondsilberwesier der Madabasari. Ihr hattet auch schon mit den Madabasari zu tun? Insofern kann ich mir das vorstellen. Wir haben tatsächlich relativ gute Beziehungen zu ihnen. Zu einigen von ihnen. Das erklärt das, denke ich. Dann, Rishalia hat das sicherlich mir zuliebe getan. Manach Tergom verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Ich hege persönlich keine besonderen Sympathien für ihn. Narab ibn Salman... Er ist keiner von den ganz großen Erhabenen. Aber er ist der Chorkirche zuzuordnen. Insofern, vielleicht wegen Raffin. Klingt auch ein vernünftiger Mann. Von Tomegaterion habe ich nichts gehört. Aber ich denke, das ist auch nicht ganz sein Metier. Das wird ihm zu langweilig sein. Aber wir können ihm gerne einen Besuch abstatten, Abelmir. Ich werde einmal fragen lassen, wann er Zeit hat. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Das war doch so ein Jungspund. Nun, Tomegaterion ist alles andere als ein Jungspund. Ich würde ihm gerne danken für seine Hilfe in Garath. War mir nicht der ihm ausgeholfen? Nun, er stellt uns einen fliegenden Teppich zur Verfügung. Und dafür sollten wir ihm danken. Oh ja, sein Teppich ist wundervoll. Sehr beeindruckend. Selbst hier gibt es nicht viele Exemplare. Und seid ihr noch an der Sache mit dem Konzilium Sinistral dran? Hat die Fortschritte gemacht? Natürlich. Es beginnt zu laufen. Ich hoffe, es müssen es. Ich habe die entsprechenden Briefe verteilt. Und nun ja, ich warte noch auf Antwort. Ich denke, ich werde selber vorstellig werden müssen bei den einzelnen Spektualitäten. Ja, ich glaube, Tomek schmollt immer noch, weil er nicht zum Convocatus Primus gewählt wurde. Von daher ist er nicht so motiviert. Jungschmollt. Naja, also so jung ist er jetzt nicht. Aber er sieht gut aus. Vielleicht verwechselt ihr es deswegen. Also, bei einer Zeit am Hofe von Bardo und Cella war er zumindest nicht so. Das ist auch schon wieder einige Zeit her. Vielleicht liegt es daran. Das ist mittlerweile sehr viel Zeit her, Vortax. Keine nicht zu erinnern, als wäre es gestern gewesen. Naja. Nun ja, ich persönlich denke, Tomek würde die Gilde nicht besser leiten als Salpikon. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern er hat zu wenig Interesse dafür, was andere Leute von ihm denken. Und, nun ja, in der Politik ist das doch irgendwie wichtig. Ich lese sehr gerne Salpikons Dementi. Sie sind einfach köstlich. Ja, nicht wahr. Leitet eure Gilde denn überhaupt jemand? Ich dachte ja, das wäre ein loser Haufen schwarzberubter Irrer. Da seht ihr wieder mal, wie wenig ihr wisst. Oh, im Horas Reich machen wir gerne Witze darüber. Beziehungsweise, naja, man sagt, die heiße Gilde, sie wäre sehr straff organisiert und die schwarze Gilde wäre total konfus. Und aber mehr zu viel Wissen kann gefährlich sein. Mitnichten ist sie konfus. Sie ist sehr eigenwillig und auf ihre Eigenständigkeit bedacht. Ja, es geht um die Freiheit von Forschung und Lehre. Und, nun ja, die einzelnen Schulen wollen sich da nicht hineinreden lassen. Eigentlich nicht einmal die einzelnen Lehrmeister. Kann ich verstehen. Das habe ich bei dir auch nicht gemacht. Die haben mir so ein... Das noch eine Lehrliste, nein. ein Curriculum vorgelegt. Genau, da stand ganz viel drin, was ich den Schülern beibringen sollte. Und das war alles Mist. Ich bin weggeworfen und stattdessen habe ich ihnen von der Armbrust erzählt und so weiter. Und die waren auch ganz fasziniert. Und dann habe ich sie auf Exkursionen geschickt und ja, das hat das Curriculum alles gar nicht vorgesehen, aber es war viel besser so. Sie haben viel mehr gelernt. Und wie reagierte die Spektualität auf eure Eigenwilligkeiten? Die waren abwesend. Das ist eh ganz merkwürdig. Teilen sich das? Und es ist auch ein bisschen konfus, so wie in der Schwarzen Gilde, glaube ich. Bäm. Na ja. Aber es war eine schöne Zeit. Und ich habe viel erklärt, vor allem über die Armbrust. Oh ja, ich kann es mir vorstellen, wie die Eleven darauf reagiert haben. Oh, sie haben mich geliebt. Sie haben mir lustige kleine Spitznamen gegeben. Und manche haben sich, ist ja auch egal. Außerdem, welcher Eleve macht nicht gerne Exkursionen? Ja, besonders in die Tavernen, nicht wahr? Ja, die Exkursionen in die Tavernen waren immer ein Highlight. Und dann haben wir ordentlich getrunken und dann gab es auch ein, zwei praktische Übungen mit der Armbrust. Ja, je. Und unsere Exkursionen gingen in die Beilhunker Berge. Als ich knappe war, gingen die Exkursionen ins Orkland. Und da waren wir noch froh drüber. Ah, ich weiß nicht. Ist das Orkland denn schön? Nein. Sag Gottes Bier. Und es ist voller Orks. Seht ihr, also waren meine Exkursionen besser. Ja, man müsste schon Orks mögen. Dann ist es vielleicht auch ganz schön. Ja, aber ich glaube, wenn ihr Orks mögt, wird es nur schlimmer, denn ihr müsst ihr sich umbringen. Das klingt jetzt eigentlich ganz schön, wenn ihr das so beschreibt. Und dann kommt man nach Wäumen. Ja, wenn ihr will, wenn wir mal zusammen Orks jagen gehen, die alle anderen, das wäre doch mal eine Geschichte. Ich fürchte, dass so wird es nie kommen. Vorher wird Leonida uns einfach alle beide erwürgen. So könnt ihr durch die Viertel von Mantrabatt gehen, gemeinsam mit der Führung von Sulamin, die euch in Richtung ihrer kleinen eigenen Villa führt, beziehungsweise diejenige, die euch gestellt wird. Auf dem Weg könnt ihr zahlreiche andere Ruinen erkennen, beziehungsweise alte Häuser. Wieder einmal verschiedene Göttersymbole, unter anderem sehr uralte Symbole von Zar, von Lefthan, von Boron, von Satuaria. Einige andere sind noch älter, die dann Sulamin mit einem etwas Abwinken ihrer Hand beiläufig erklären kann. Advarja, Razarak, Rajta Ujtama, sollte euch klar sein. Ihr könnt auch weitere Errungenschaften von Kor kennen und auch den neuneckigen, fensterlosen, prismenförmigen, rot-schwarzen Ziegelbau des Korrtempels, als ihr auf dem Weg zu der großen Villa seid. Das da drüben ist übrigens der Korrtempel. Erkennt man sofort, oder? Oh, was ein schönes Gebäude. Nun, nach all unseren Reisen habe ich ja nur einen Moment lang überlegt, ob es ein Borbara-Tempel wäre. Ja, schwarz und rot, nicht wahr? Und so eckig. Und so schön. Sulamin, was wisst ihr? Über den Tempel? Ja, natürlich. Nun, dort residiert der Richter der Neuen Streiche. Ich kenne ihn nicht persönlich, denn der Richter wechselt häufig. Ja, er stirbt halt, ne? Ja. Und er zeigt sein Gesicht nie. Es war auch gelegentlich schon eine Frau. Den Unterschied bemerkt man manchmal. Aber... Nun, der Tempel ist schlicht gehalten. Aber ein sehr schöner Baustil. Oh, und wenn wir hingehen, solltet ihr mit Mira aufpassen. Sie haben einen Panther dort. Ich weiß nicht, wie die beiden aufeinander reagieren. Oh, das wäre nicht gut. Ja, er läuft da frei herum. Nicht immer, aber es kommt vor. Ah, gut, dass ihr mich gewarnt habt. Also, zur Not passe ich auch auf Mira ein bisschen auf. Ich bleib mit ihr draußen. Sie kennt mich ja noch von, als sie ganz klein war. Ja, da war sie so klein, war sie ja auch nicht, ne? Mira, da war sie auch schon groß. So lange ist das ja alles gar nicht her, Isauron. Kommt ihr bestimmt nur wegen deinen Kindern so vor. Ja, sie werden doch so schnell groß. Also, ich erinnere mich noch, als Mira so zwei Arm voll Fellbündel war und sich dann an meine Beine geknuddelt hat. Ja, und jetzt ist sie größer als du. Ja, wesentlich. Ja, ich erinnere mich noch, wo sie Sorgan auf den Boden gepinkelt hat, in dieser piekfeilen Luft der Berge. Das war lustig, finde ich auch. Ich glaube, dass sie für nicht mehr willkommen sind. Ah, das ist nicht so schlimm. Also, ich weiß ja nicht, wie groß Bären normalerweise werden, aber so groß sicher nicht. Entweder es waren die Pilze oder Kor hat dafür gesorgt, dass eure Begleiterin auch angemessen groß ist im Vergleich zu euch. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich finde es gut. Ich muss euch nachher noch euer Geschäft geben, Zulamin. Erinnert mich da mal dran, wenn mein zweiter Arm wieder funktioniert. Und wir endlich mal in dieser Villa ankommen und ich ein Bier in der Hand habe. Wie lange wird das noch anhalten? Womit haben sie euch denn da erwischt? Lasst mal sehen. Geh-Schwands-Skorpion-Gift. Ja, das ist hier sehr einfach zu bekommen. Die Skorpione sind einheimisch. Ähm, es sollte eigentlich bald abklingen. Ja, fühlt sich auch irgendwie, als würde er kribbeln. Aber, wird schon werden. Also länger als eine Stunde sicher nicht mehr. Ich weiß nicht, wann sie euch genau erwischt haben, aber... Naja, vielleicht gehen wir nicht gerade jetzt in den Quartempel. Das ist eine gute Idee. Ja, also wir kommen dann irgendwann an einen relativ großen, quadratischen Baulehm. Wie die anderen Gebäude in der Gegend hat auch dieses im Erdgeschoss keinerlei Fenster. Aber so über den ersten, zweiten Stock gibt es so eine Art vergitterte Holzbalkone. Also es sind sehr hübsche Gitter, so geschnitzt mit geometrischen Formen. Und vermutlich fällt durch die auch ein bisschen Licht ins Innere. Aber insgesamt wirkt es ziemlich festungsartig. Und es ist ansonsten relativ schmucklos. Bis auf ein prächtiges Portal. Wo Zulamin drauf zugeht und selbstbewusst mit einem von den Ringen anklopft. Es wird dann vermutlich ein Verkiner oder ein Säbeltänzer öffnen. Und dann können wir in einen kühlen Durchgang treten. Wo zur Linken die angekündigte Boxengasse abgeht. Wo tatsächlich momentan keine Pferde sind. Zur Rechten geht ein Treppenhaus nach oben. Und aus diesem relativ dunklen Durchgang sieht man vorne schon sehr einladend einen sonnenbeschienenen, grünen und auch gepflasterten Hof. In dessen Mitte ein sternförmiges Wasserbecken liegt. Auf dem Lotus Blüten schwimmen. Und da stehen auch ein paar Diwane und liegen Kissen rum und so. Und da führt euch Zulamin dann hin. Es ist sehr einfach zwischen einem Fasarer Straßenräuber und einem Fasarer Stadtgardisten zu unterscheiden. Wenn du sichtbar gut bewaffnet bist, ist er ein Stadtgardist. So steht ihr auf dem Balkon der großen Villa von Zulamin. Könnt wahlweise in den Innenhof oder aber nach draußen gucken auf die staubigen Straßen. Die Mittagssonne brennt immer noch unabweilmlich nach unten. Und ihr könnt draußen nicht nur das Lärm hören, sondern auch irgendwelche Wachen, die Stadtdiebe verfolgen. Zumindest proklamieren sie, dass sie Diebe sind und wollen die den Arm abhacken. Sehr vernünftig. Sehr vernünftig hier die röttlichen Stadtwache. Ich bin nicht sicher. Sollten sie nicht erst? Nein. Nein, ja dann. Nein. Wir halten uns da am meisten raus, denke ich. Genau. Ihr seid im Urlaub. Ich denke, wir haben es mittlerweile geschafft, dass sie alle ihre Zimmer bezogen haben, oder? Ja, ihr konntet euch umsehen, ein bisschen akklimatisieren. Habt dann eure Sachen, eure Reiserucksäcke abgestellt an den jeweiligen Betten, die ihr dann dort habt. Auch die Wachen, die sich unter anderem auch im Inneren aufgehalten haben. Also wäre das ihr hier, ihr Palast hier, die Ferkinas sind dann wieder nach draußen geschickt worden. Und es gibt sogar ein paar Blumengrenze, die auf den Betten liegen. Warum auch immer, ein bisschen gewürzter Reis liegt da wohl auch, ein bisschen Räucherwerk. Aber es ist vielleicht so etwas wie eine Urlaubsunterbringung. Ja, doch ein kleiner Glücksmoment mag sich einstellen. Ja, es ist alles sehr turamidisch. Von der Einrichtung, die typischen Teppiche und ganz viele Kissen und so. Es hat ein bisschen das Flair von einem Harem, dessen ein Herr gerade außer Haus ist. Und ihr habt vielleicht auch ein paar von den anderen Geweihten gesehen, die hier auch leben. Zulamin sieht sich jetzt gerade nach einer Akolytin um. Denn sie wollte ja noch ein paar Sachen organisieren. Und später mal in den Innenhof runter. Samira? Ja, was ist denn? Zulamin? Komm mal kurz her, bitte. Ja, komm mal. Ja, die Akolytin kommt und mustert euch nicht höflich. Das ist Samira. Eine von unseren Akolytinnen. Liebe Samira, könntest du mir einen Gefallen tun? Bestimmt. Und zwar, könntest du Sherbano ausrichten lassen, dass er die Schimmelstupen etwas näher an die Stadt herantreiben soll? Dass wir sie morgen früh besichtigen können. Hm, er stinkt schon ein bisschen, oder? Ja, du musst nicht persönlich gehen. Schnapp dir irgendeinen von den Fakinas am Tempel und lass die gehen. Sie hält die Hand auf? Wage es nicht, Mädchen. Ja, irgendjemand muss sie bezahlen. Sie werden vom Tempel bezahlt. Sie hält weiter die Hand offen. Bei uns im Korrtempel hätte man sie schon von der Rehling runtergeschmissen. Gebt ihr dem Kind jetzt Geld, oder? Aber mir bezahlt die Frau. Ist das nicht unhöflich, wenn wir das tun? Ich werde vom Tempel bezahlt. Zulamin macht das. Wie, dir? Aber wir bezahlen doch Zulamin. Dumme. Das finde ich auch eine gute Einigung. Warum bezahlst du nicht, Alain? Was glaubst du eigentlich, was glaubst du eigentlich, wie ich heiße über die Ohren kriege, wenn ich ohne Geld nach Hause komme? Und was mein Versicht bekomme? Ich bin verheiratet, du weißt nicht, wie das ist. Ich habe eine gute Idee, ihr bezahlt einfach beide Zulamin, oder ich erzähle euren, ihr beide Gäge. Gäge, ihr hättet Gäge bezahlt. Ja, die Akkulutin schleicht sich jetzt auch an Jalan heran, streicht ihm so ein bisschen über die Brust. Ich könnte ihr auch erzählen, dass ihr mich bezahlt habt. Ihr solltet mir lieber Geld geben. Ich soll euch also Geld geben. Für mich niemals. Für mich niemals erzählt. Ich hätte euch Geld gegeben. Genau. Samira, benimm dich. Und ich möchte sie einschüchtern. Okay, überredet. Und was man dir sagt. Ja, überredet. Ist das eine seltsame Fasara-Sitte? Bei uns zu Hause hätte man jemanden schon nächster für grün und blau gehauen. Ich nehme an, was macht man den Fasara ähnlich? Man war es noch nicht. Ja, okay. Sie verdreht die Augen. Noch Fragen, Samira? Ne, irgendwie muss ich denen ihr Backstisch geben. Und die werden ohne Geld nichts tun. Das weißt du genau zu, Lamine. Dann streng dich an. Ja, ja. Du mich auch. Und damit geht sie. Und damit geht sie.